Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 So, da wollen wir doch mal gucken. Hallo? Ach ja, genau. Ja, ich guck gleich mal nach. Tschüss! Tschüss! Haha, hallo! Bei mir wurde ein Ausstellungsstück geklaut. Ein äußerst wertvolles Ausstellungsstück. Können Sie vorbeikommen? Ja, das wäre toll. Ich muss die Tür zusperren. Ach, gut, dass ihr da seid. Der Diamant wurde gestohlen. Ich glaube, er ist noch im Haus. Ich habe vielleicht eine Idee. Wir müssen uns aufteilen, dann haben wir bessere Chancen. Gute Idee! Ja! Nächste ist Verhaftung. Danke, dass ihr mir den Diamant zurückgebracht habt.